Der heute seinen sechsten Super-G in diesem Winter gewinnt. Fünf war schon Weltrekord, Männer und Frauen. Jetzt sind es sechs. Eieiei. Und logischerweise wird jetzt auch die 2000er-Marke wieder ein Thema. 58 Punkte fehlen auf den Punkterekord von Hermann Mayer. Da darf sie sich feiern lassen. Lara Gut-Berami hat die kleine Kugel schon mal dabei. Die Siegerierung kommt dann etwas später am heutigen Tag. In der Saison 13-14 hat sie diese Kugel zum ersten Mal gewonnen. 15-16 zum zweiten Mal. 21-22 zum dritten Mal. Und jetzt 22-23. Das stimmt natürlich nicht. Da gibt es irgendeinen Fehler in meiner Statistik. Denn 21-22 aus dem letzten Winter, da hat diese Kugel ja Federica Brignone.